Man greift zwei Schulkinder in Oberkirchberg an, Polizei stürmt Wohnung. Die Polizei ist aktuell in Oberkirchberg mit Spezialkräften im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann zwei Mädchen angegriffen und verletzt. In Oberkirchberg läuft seit dem Montagmorgen ein aufwendiger Polizeieinsatz. Auch das Seck war im Einsatz. Mittlerweile soll die Polizei ein Gebäude an der Kreuzung Bucherstraße-Dietenheimer Straße gestürmt und einen Verdächtigen festgenommen haben. Polizeieinsatz in Oberkirchberg, Seck umstellt ein Haus. Der verdächtige Mann hatte sich zwischenzeitlich in ein Haus zurückgezogen und sich dort verschanzt. Spezialkräfte der Polizei umstellten das Gebäude. Gleichzeitig fanden Straßenkontrollen statt. Wie Polizeisprecher Wolfgang Jürgens auf Nachfrage sagte, ist der Zugriff mittlerweile erfolgt. Die Beamten trafen in dem Gebäude drei Personen an, eine davon soll der Täter sein. Damit sei der Ersteinsatz der Polizei zunächst beendet. Näheres zu den verletzten Mädchen sowie zur Identität des Mannes, der sie angegriffen hat, konnte Jürgens noch nicht sagen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.